hallo und herzlich willkommen wir spielen heute wieder spiel aber wir spielen heute wieder die jagd nach dem ticket schauen welche spiel dabei ist das habe ich glaube ich noch gar nicht also ich mache eine kurze installation bis gleich so jetzt einmal zu lassen und ach schade oh was soll ich drücken switch account ich glaube dass wir auch schon mal gespielt das ist so wenig wie das eine spiel was ich nicht so mochte das war goodness premiere so ähnlich ist das spiel dann schauen wir einfach mal rein also man kann sich aussuchen wo zwischen den krieger jeweils eine rüstung oder der magierin kommen wir spielen mal die magierin ich gebe sowieso auch ein bisschen mehr magie das hat ja auch bei den anderen den was war das blutritter ich glaube blutritter war das gespielt dann schauen wir erstmal jetzt so was die da schönes macht doch dann und Macht ihr das so lange bis es ein Level Up hat? Keine Ahnung. Was ist denn das da oben? Alles mit dem Schloss davor. Was ist denn das da oben? Was ist denn das da oben? Was ist denn das da oben? Das war's für heute. Oh, no. Also, so sieht man mehr, aber... So sehe ich. Alles nur auf der Seite? Nee, dann lassen wir es so. Charakter. Titel. Rose Lord. Light Lord. Light King. Hm. Okay. Bakul. So. Okay. 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 Noch mal aufdrücken. Oh, es ist Krishan. Oh, ne, das ist besser, was ich anhabe. Oh, es ist Krishan. Nenn ich mal Silvester. Oh, es ist Krishan. Okay, geh halt raus. Ich hab schon die Quest fertig. Ich hab doch noch nicht mal was gemacht. Schauen wir erstmal noch ein bisschen zu, wie die da rumschlägt und alles kaputt macht. Ich bin schon Level 8. Hm, und weiter geht's. Jawohl. Level 9. Die nächste Quest. Oh, Level 13 schon. Boss. Die muss ja wohl Aggressionen in sich haben, wenn sie schon die ganze Zeit kämpft hier. Nochmal drücken. Oh, ich hab jetzt ein Pad. Level 15. Ah, da unten drücken. Ah, und wieder kämpfen. Level 16. Schon Level 16. Da oben. Maut. Das ist alles. Das ist alles. Oh! Oh! Und wiederholen wir das. Ja gut. Da nochmal. Ok. Das haben wir gemacht. Charakter. Ja genau. Nochmal da ein bisschen was weg. Trashen. Und Level 22. Und Level 23. Eigentlich könnte ich jetzt mal auf Toilette gehen oder so. Ich glaube die macht hier alles allein. Bei den Einboss ging ja Leben langsam runter. Aber mittlerweile. Was. Schauen wir mal auf ihr Leben. Sätze 19,45. 17. Und dort. Eine Quest gefunden. Und wieder zurück. Und zum nächsten Boss. Ich würde ja gerne das Spiel unterbrechen. Aber ich weiß ja nicht. Ja. Maximal. Mal. Ok. Ich muss zwölf Hunde besiegen. Mal. 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 Die Posten werden immer größer. Da ist noch ein Roter Punkt, jetzt ist da ein Roter Punkt, 16 von denen, ja. 4, 10, 12, 14, 15 und fertig, fertig. Jetzt kommt der wieder dran. Okay. Und. Okay. 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 Das war das Spiel anscheinend. Jetzt fliege mir schnell mein Ticket ab, einlösen und fertig bin ich. Ein überraschendes Ende, aber ich hoffe ihr hattet Spaß. Ihr habt das Spiel gesehen und ja, was soll ich mehr dazu sagen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.